Hey Leute! Willkommen zurück bei Rook Legacy und wir haben hier zwei Assassin und einen Paladin. Wir nehmen den Paladin. Wir haben lange keinen Spell, Spell, Spelltyp mehr bekommen. Spellthief. Und... Was ist denn noch Spellthief? Ja. Ne Spellsward. So ist die Unbesiegbarkeitszeit. Mancoast Potion. Mancoast Down. Okay. Hat die Minderkosten ben reduziert. Ja, das wollen wir alles noch nicht. Wir könnten Schaden noch ein bisschen upgraden. Wir haben eh kaum Sachen. Na ja, dann Schaden upgraden und darüber freuen, dass wir doch nicht so viel mehr geben müssen. Die wollen nichts von uns. Heißt, wir gehen rein. Konfirm. Okay, wir müssen Richtung Wald. Kennen wir ja schon die Geschichte. 325 Leben habe ich. Lärger bin ich jetzt auch geworden. Und... Seid gespannt, was wir jetzt machen werden. Wie ist das hier? Und... Das hier. Wow. Und noch ein Johnny Entry. Wie gibt's denn hier? Ich glaub 25 gibt's insgesamt. Ich sollte auch ordentlich reden können. Ja. Wir haben das Wort als Fähigkeit. Ja. Jetzt will ich den mitbekommen. So, den... ganz schnell umbringen. Bevor er mir noch viel mehr Ehre macht. Und da ist so ein... Wie heißt das so ein... Stern. Ein kleiner Stern. Der Feuerbälle schmeißt. So, hier unten. Noch ein Johnny Entry. Hallo? 20. Okay. Man kann's auch übertreiben mit Johnny Entry. Ich bin mal gespannt. Okay. Da gehen wir nicht runter. Ist eh nicht so viel. Könnte ein bisschen Geld sein. Aber... Ist ja nicht meine Schatztour. Und... Und wir haben bisher noch keinen Scham bekommen. Aber wenn ich das jetzt zu sagen werde... Werden wir bestimmt gleich was bekommen. Ja. Und ich hab das bekommen. Ja. Und jetzt wieder Electricity. Oder wie es heißt. Die Fähigkeit. Womit die ganzen Sachen schon raus sind. Also hier die ganzen Plattformen. Wo ich mir keine Gedanken machen muss. Die Plattformen zu berühren. Ja. 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 Ganz ruhig. Wie kassier. Und... Ne doch nicht. Ich dachte ich kann auch diese Randalier Sache. Womit ich dann Sachen kaputt mache wenn ich sie nur berühre. Take no damage. Das ist mir zu krass. Ob ich letztes Mal das glaube ich geschafft hatte. War es nicht sogar hier. Aber ich krieg ja nicht mehr das hin so keine Chance zu bekommen. Und? Haha. der typ der mich die ganze zeit er probiert mal ich habe ein video gesehen wie man ihn besiegen kann ich probiere es mal mal gucken vielleicht sind ja so geht schon mal gar nicht ja ist okay so und wir probieren es gleich noch mal ja ja ist es ist es ist okay ich verstehe es ja ich bin einfach total schlecht da brauche ich noch keine gedanken machen wenn einfach total unfähig bild böse nein sonst okay ein bisschen geld ist immer gut und ein bisschen lebenspunkte nein die ist immerhin gekommen nervig okay den machen wir kaputt so krieg ich auch hin durch die band nicht nur ihr so ein bisschen meiner das riesens wort haben wir nein ich habe es gesehen dass es sich bewegt hat darauf reagieren sollen okay wir müssen mal kurz rüber da habe ich mich gesehen dass noch ein paar sachen die würde ich gerne noch mal holen oder kaputt machen das bestimmt genau aber noch ein paar lebensbücher zu bekommen auch praktisch und da oben haben wir noch durchgegangen unten war glaube ich nichts mehr hier geht es zu einer neuen ebene wobei ich glaube dass das nicht wusste ich doch okay so hätte man alle schon rein kommt doch her kommt doch her kommt doch her du noch da unten danke ich sag mir das gleich auf ich war nur ab bis das weg ist zwei ok wir sind doch alle sachen auf sammeln und mal ertrag nehmen ja das mit dem schwert war jetzt ehrlich das nicht ganz geklappt wie ich mir gehofft habe und wir gucken mal hin wir lassen uns mal gleich teleportieren wie sollte ich denn hier warten wir gehen einfach mal weiter nach rechts ja das ist auch gut ist genau so wiederum davor ein bisschen anders weil auch eine sache ist der stand die können sein die ich auch habe ich auch vernichtet musste nicht sein weil die jetzt wirklich nicht so stark sind kein zombie ok no jumping verdammt habe ich mir das gemerkt war das hier nach der welt ist okay ich hab's verstanden ich lacht mich jetzt alle aus ok und du noch weg da ach du bist auch noch dran dann wirst du auch noch nie das berührt vor und aber zwei umgebracht so nein ich muss halt nicht noch mal rollen das sind welt sprach ok jetzt übertreiben sie aber aber lebens punkt geht hier kurz in den wald gehen der ist immer meistens östlich genau das ding doch was rein geärgert nee war anledigt die sind so nervig muss man mit einschlag töten sonst macht ihr es dir ok geschafft ohne probleme einfach durchgekommen aber steht gerade umgeführt jetzt kannst du merkwürdig der sich so wenig aus ja ich meine die kriege ich wirklich gut hin habe ich keine dorge und da kriegt man auch nur zwei lebensplüte ah gottes bilden wie kriege ich dich nur platt indem ich auf dich drauf schlage boing 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 so ganz elegant wow ok ich hab's schon mitbekommen mags ich hab's ja gesehen wie man es am besten macht mit dem umzubringen vielleicht kriegen wir es ja hin so ich nehme könnte vielleicht noch mal mit sein ja ok wir probieren es einfach mal und wir haben gar keine so schlechte sache jetzt mit magie ok ok wo ist zum teufel genau jetzt muss es losgehen ok ich muss wieder höher ok ich hab schon mal die hake umdrehen ok genau da ist alles super ok 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 ja wir haben es aber gleich geschafft komm näher ran du idiot ich bin gut du bist verbagt scheint zumindest so können wir noch irgendwo was sagen wir haben noch was bevor wir rausgehen aber haben auch die lebenspunkte gelassen so zwei mal hp mp und noch mal hp und raus mit mir damit haben wir den umgebaut okay ja das ok die grünen liga kommen jetzt doch oben so heißt für uns nächste station rote bereich so hier essen stimmt das wollte ich mir aufschauen schammeln sparen der rote bereich also das ist nie das ist ja nicht oder ist das der nee das ist so vorweg zur hölle oder sowas da will ich noch nicht hin wir könnten doch versuchen ein bisschen lebenspunkte zu bekommen fährt war ledig das nächste fährt das warten bis das ding ganz unten ist da geht es automatisch kaputt genau wie es jetzt gerade nicht passiert ist abgeprallt ist wo ich aber noch tun kurz aufsammeln ich mir rote nach ja nervt mir hier oben das fährt rennt wenigstens nicht runter das weiß ich ja das halte ich schon wieder zwei schläge aus die fördern ich weiß es nicht und dann weißen 36 mp der ist auf die nächste stufe gesprungen nächste stufe seine bewusstseinsebene ich kriege ja auch so hin muss ich mir keine gedanken machen was 10.000 gold aber gut der boss hat jetzt auch ordentlich gold gegeben deswegen sollte ich mir darüber keine gedanken machen ja auch so hin auch so hin 63 haben wir schon wieder wo ich schon mal ein bisschen größe abgelost haben 65 mir ist nix mehr sonst was aber hier ja wenigstens geld bekommen war das auch schön vielleicht das nächste kommt noch mal her bevor du mich weiter nervst ich würde dir keine lebenspunkte bekommen besser sehr dreist ich kann mal wieder schild einsetzen ich sitze so wenig schild ein erlaubt mir ein paar sachen zu widerstehen eigentlich alles jeder unten geht es noch weiter wenn ich will noch eine lampe mit liga kaputt gehen bekomme ich auch ein beleben ist auch cool war hat sie mich gerade mal getroffen ich habe nur noch ein nehmenspunkt so nach ich wollte gerade schild aktivieren ich habe gerade gedrückt mit der wand schild gut leute wissen es beim nächsten mal wieder bis denn tschau tschau